Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anne Krüger-Degener und ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen hier bei uns auf dem Degenerhof. Dies ist ein ganz besonderer Hof, denn wir haben hier eine Tierschule mit der Harmonologie und da können Sie lernen, wie Sie Ihrem Tier beibringen, ein richtig guter Gefährte zu werden. Es ist ganz egal, ob das ein Pferd ist oder ein Hund, ob Sie apportieren wollen oder Dressur reiten, ob Sie die Freiarbeit machen wollen oder einen Hütehund zum Hüten ausbilden. Hier sind Sie genau richtig. Schauen Sie in unser Programm. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie. Wir wollen Sie nicht überzeugen. Überzeugen Sie sich selbst. Herzlich willkommen bei uns auf dem Degenerhof. Wir freuen uns. Ich freue mich auf Sie.